In meinem Leben gibt es immer wieder Situationen, wo Entmutigung nach mir greifen will, wo Bedrückung oder Bedrängnis nach mir greifen will und wo ich in meinem Glauben wirklich darum kämpfe, ermutigt zu sein. Manchmal ist es so, dass wir dann, wenn wir solche Dinge erleben, dass wir wirklich sagen, oh Mann, ich bin so entmutigt, dass wir selbst aktiv werden müssen. Manchmal hat es mir geholfen, dass ich dann mich zurückgezogen habe und ich habe in mich hineingehorcht, was ist eigentlich hier jetzt in dieser Situation passiert? Was ist eigentlich das, was mich so herunterziehen will? Wer entmutigt mich hier gerade? Was sind die Umstände und was steht eigentlich dahinter? Und oft habe ich entdeckt, dass es wirklich eine feindliche Offensive gegen mich gegeben hat. Oft habe ich entdeckt, dass es gerade der Feind war, der mir in herausfordernden Situationen einfach mitteilen wollte, dass ich die nicht überwinden werde und dass das mit Gott sowieso nicht klappt. Wenn du in dieser Situation bist, mach das genauso. Zieh dich zurück. Forsche in dir. Wer attackiert mich? Wo wird hier an meinem Glaubensfundament gearbeitet und was ist es eigentlich, um das es hier geht? Und wenn du feststellst, es ist der Feind, der dich in Bedrängnis bringt, der dich unter Bedrückung bringt, der dir den Glauben madig machen will, der das Vertrauen in Gott unterlaufen will, dann musst du aktiv dagegen aufstehen. Ich habe das wirklich in vielen Situationen gelernt. Und es ist heute mein Zeugnis, dass ich sagen kann, das ist eine Sache zwischen mir und Gott, dass ich im Glauben stehe. Aber es ist auch etwas, was ich tun muss. Ich muss aktiv gegen den Feind antreten. Ich muss mich diesem Feind stellen. Ich muss in diese Auseinandersetzung mit dem Feind gehen. Ich kann mich nicht zurückziehen und sagen, es ist keiner da, der mir die Hände auflegt. Oh, ich kann jetzt nicht so viel fasten und beten. Nein, du brauchst jetzt niemanden, der dir die Hände auflegt, der für dich betet, der dir irgendetwas da bereitet, dass du weiterkommst, dass du aus der Situation kommst, sondern du selbst. Du hast alles zur Verfügung, was du brauchst. Denn das Blut Jesu macht den Unterschied in diesen Attacken. Das Blut Jesu spricht für dich. Das Blut Jesu ist Befreiung, ist Rettung und es ist Hilfe. Und du kannst dich an dieses Bündnis mit Jesus anschließen. Du kannst da wieder neu zugreifen. Du musst nicht warten auf eine besonders heilige Situation, sondern jetzt. Du, du mit dem Herrn. Du trittst an. Du sagst, ich habe den Höchsten zu meiner Rettung. Ich habe den Höchsten zu meiner Wohnung gewählt. Er ist mein Turm. Ich bin gerettet in ihm. Ich habe Zuversicht in ihm. Und ich lasse mir von dem Feind nicht diktieren, wie es jetzt in meinem Leben hier aussieht. Ich gehe gegen den Feind und ich sage im Namen Jesus, stopp. Du hörst auf, in meinem Leben diese Raubzüge zu veranstalten. Du gehst aus meinem Leben raus. Du verschwindest. Ich gewähre dir keinen Zutritt mehr zu meinem Leben, zu meinem Glauben, zu meinen Kindern, zu meinen Finanzen, zu meinen Beziehungen, zu nichts mehr. Du kannst aktiv werden. Denk nicht, oh ja, die anderen und die im Glauben stärker sind und die einen Dienst haben und der Pastor. Nein. Nein. Du kannst aktiv werden. Jetzt. Gerade jetzt. Gerade in der Situation, wo du darum ringst, einen Auftrag zu bekommen. In der Situation, wo du sagst, Mensch, die Bank hat mich angeschrieben, es sieht so schlecht aus. Wenn du darum ringst, ich müsste dieses Haus verkaufen, aber es klappt irgendwie nicht. Gerade jetzt. Gebiete dem Feind, dass er weicht. Und hänge dich mit ganzem Herzen an den Herrn dran, an Jesus dran und sage, du bist meine Hilfe. Du bist mir zur Rettung geworden. Ich werde ein Zeugnis haben über genau diese Situation. Werde jetzt aktiv. Gerade jetzt brauchst du Ermutigung. Und ich möchte dich sehr ermutigen, das wahrzunehmen, das aktiv zu tun. Denn Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!